Das glaube ich selber nicht. Das ist erst meine erste grause Glocke. Wahnsinn! Weg! Weg, Hugo! Das glaube ich nicht. Ich habe so Freude. Wow! Das ist Wahnsinn. Das ist so schön, frisch und knackig. Wow! Jesus Gott! Da habe ich Riesenfreude. Also, das ist ja wirklich Wahnsinn. Wahnsinn Tag! Ich habe ein anderes Lied. Ich muss mich jetzt gleich befreien. Anziehen. Hi! Schatz. Ach so. Jetzt gehen wir. Hör dich dran lassen. Hm? Hör dich dran lassen, jetzt. Was hat denn für ein Stand? Zeig ich mir. Jetzt zeig ich dir. Wow, das ist ... Nein, das ist so schön. Ich habe gemeint, ich finde das nie. Und ... ... ... ... ... ... ... ... Ich habe gerade noch ein bisschen Stamm, oder? Ja. Siehst du? Ah. Ja. Ja. Das sind zwei. Ja, lass dich einfach ein bisschen. Also, Wahnsinn. Ja, das ist eine Traum-Sache. Wirklich. Ich muss etwas abputzen. Hey, ich habe Riesenfreude. Also, ich weiss, was wir essen müssen, Schatzi. Hm? Und jetzt die grüne Riesenmücke. Hey, das ist ja sicher ... ... ein Kilo. Ja. Nein, soll ich dir dran lassen? So, jetzt muss man schauen. So, ich schau dir, wo ich das eben ... ... nicht festgeboten mache. ... und ich stehe nicht. Jawohl. Teillich habe ich. Schau mal, das musst du hier filmen, wie das ... Siehst du? Wahnsinn. Siehst du, wenn ich dir sage, gerne irgendwo ... ... in der Grund. Siehst du, wenn ich sie wieder filmen habe? Ja. Dann weiss ich, in den nächsten Jahren, wo ich sie wieder filmen habe. Mhm. Ich muss sie noch schnell gut abputzen. Siehst du, Schatzi? Wahnsinn. So schön. Also, das ist ... ... wirklich ... ... ein glückes Tag. Für mich. ... ein glückes Tag. ... ... ein glückes Tag. Wahnsinn. ... eine glückes Tag. ... eine glückes Tag. Ja, ich muss sie ... ... nicht ein glückes Tag. Ha, das ist doch lustig. Vielen Dank. Wahnsinn. Eieiei. Stört. Das ist wahnsinnig.